Freunde, ein neuer Tag ist angebrochen und Game Master hat mir heute morgen geschrieben. Es ist so krass, Freunde. Kommt mal mit, ich lese euch den Chat vor. Hallo Doktor. Die Challenge in Ulm hast du bestanden, doch du weißt, das Spiel geht weiter. Punkt, Punkt, Punkt. Somit steht heute wieder eine Challenge für dich an. Oh Mann, schon wieder eine Challenge. Und die wäre... Nicht zu schnell, Doktor. Vorher möchte ich noch etwas zu deiner Community sagen. Okay, Punkt, Punkt, Punkt. Bald wird eine Challenge stattfinden, die etwas mit Dr. Lights Instagram-Account zu tun hat. Wenn ihr Dr. Light bei seiner nächsten Challenge unterstützen wollt, dann folgt ihm auf Instagram und schaut öfters mal in seine Story. Punkt, Punkt, Punkt. Und noch so ein Teufel-Emoji. Ja, okay, Freunde, dann folgt mir mal auf Instagram. Ich lenne es hier ein, Doktor.Light. Und jetzt kannst du mehr sagen, was meine heutige Challenge ist. Ja, Doktor. Gehe zu 48, bla 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 bla, 9, bla 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 und suche dort nach einem Hinweis. Weitere Informationen über deine Challenge findest du, wenn du den Hinweis entschlüsselt hast. Verstanden. Verstanden. Ich gehe direkt los. Und komm alleine. Okay, Freunde, ich gebe die Koordinaten jetzt mal in mein Navi ein und dann sehen wir uns dort wieder, wo sie mich hingeführt haben. Da soll ja irgendeinen Hinweis auf uns warten. Ich bin echt gespannt, was dort ist. Freunde, wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, wir sind jetzt hier an den Koordinaten, die Game Master uns gegeben hat auf dem Zettel. Und hier muss ja irgendwas sein, was uns zu unserer heutigen Challenge führt. Ich habe noch gar keine Ahnung was, aber lasst uns mal suchen. Vielleicht ist hier irgendwas dran. Was könnte da was sein? Vielleicht mit so einem Pfosten. Das lässt sich nicht abnehmen. Auch nichts. Freunde, wo könnte das... Mein Gott, schaut mal, Leute. Das geht mal so zum Pfeil. Wir müssen nach da vorne. Und da erwartet uns dann vielleicht noch ein Hinweis oder die heutige Challenge. Ich weiß es nicht, aber lasst uns da direkt mal hingehen. Kommt mit, Freunde. Freunde, da. Da geht er einfach. Wir müssen noch weiter nach vorne. Okay, dann gehen wir noch weiter. So, Freunde, jetzt nach da oder nach da? Ja, da ist aber... Ja, da ist aber... Wir müssen nach da vorne. Schaut mal. Okay. Ja, dann gehen wir noch weiter. Und noch weiter nach vorne, Freunde. Da hätte er uns ja gleich die Koordinaten geben können, die da vorne waren. Das macht ja absolut keinen Sinn. Und jetzt über die Wagen gleiten. Okay. Ohne, ich schau mal da rein. Ah, der zeigt jetzt nicht nach vorne. Der zeigt nach da drüben. Also müssen wir den Weg hier runterlaufen. So, Freunde. Wir laufen jetzt schon eine ganze Weile diesen Weg lang. Von da drüben oben kommen wir nämlich. Wir gehen jetzt irgendwie nach da vorne. Ah, da ist ja absolut nichts. Und da kommt auch kein Hinweis mehr, soweit ich sehe. Hm. Da vorne ist so eine Betonmauer. Sieht interessant aus. Wo er uns da jetzt wohin führt. So, Freunde. Wir sind jetzt hier an diesem Betonklotz, den ich euch vorher gezeigt habe. Und hier geht's runter. Und hier hängt unser Game Master Zettelchen. Ah, es zeigt nach da drüben. Über die Bahngleise. So schnell drüber. Dass uns da nichts passiert. Und hier hängt der neue Zettel. Jetzt wieder irgendwie runter. Oh, Freunde. Warte ich mal. Er will, dass wir hier unten reingehen. Freunde, ich hab's mir schon fast gedacht, weil wir Gummistiefel mitnehmen mussten. Aber jetzt schon wieder in so eine Kanalisation. Och Mann. Ja gut, uns bleibt ja aber keine andere Wahl. Gehen wir runter. So, Freunde. Wir gehen hier jetzt mal rein. Das ist schwierig hier zu laufen. Das sieht gruselig aus. Aber da müssen wir jetzt rein. So, Freunde. Jetzt sind wir hier angekommen. Wo es hier wieder reingeht. Und hier drüben auch wieder. Und wo hier dieses obere Teil war. Da hing doch der Game Master Zettel. Weil hier hängt er noch. Okay. Vielleicht ist er in so einem Ding ein Hinweis auf unsere Challenge. Weil wir müssen ja irgendwie unsere Challenge finden. Aber da ist nichts. Schauen wir mal weiter vor. Da hängt einer. Oh nein. In dieses kleine Loch rein. Können wir nicht mal diesen großen Gang hier entlang. Das ist übel dunkel da drin. Ich glaube jetzt wird es dann Zeit unsere Lampen rauszuholen. Weil ich will da eigentlich nicht im Dunkeln rein. Lass uns ihn mal rausholen. Freunde. Und hier ist voll der Schmodder. Schaut mal. Wir müssen da rein. Oh mein Gott. Was ist das hier? So Freunde. Wir sind drin. Mein Gott. Was ist das hier? Hier geht es hoch. Und da liegt der Briefumschlag von Game Master. Mit einer Kerze. Dann stellen wir unsere Lampen mal hier hin. So. Die Kerze zur Seite. Iiih. Und das ist Rattenscheiße. Oh. Machen wir den zuerst mal auf. So. Hier. Wir bringen den mal hier hin. Hallo Doktor. Schön, dass du es zu dem Ort deiner heutigen Challenge geschafft hast. Heute wird es sehr gruselig. Hier unten findest du eine Karte von der Kanalisation, in der du dich gerade befindest. Die hier. Okay. Das Kreuz zeigt dir den Ort, an den du gelangen musst. Dort befindet sich etwas für dich. Deine Challenge. Gelange bis zum Kreuz und nehme das etwas mit nach Hause. Okay. Hier ist der Eingang. Hier sind wir. Und hier ist das Kreuz. An so einer Kreuzung. Okay. Freunde, dann schauen wir jetzt, dass wir zum Kreuz gelangen. Hoffentlich hat er auf dem Weg nicht irgendwelche Fallen installiert. Ey, es wäre zu blöd. Wir müssen jetzt wieder durch dieses kleine Loch durch. Ach man. Wir müssen jetzt diesen Gang entlang. Okay, Freunde. Dann gehen wir jetzt diesen Gang entlang. Das hier ist zugemauert, da wo der Gülli sein sollte. Wir kommen hier also nicht mehr raus. Okay. Wir sind jetzt gerade nach vorne. Ja, voll der Gang weg. Hier kommt wieder Wasser. So, Freunde. Oh mein Gott. Schaut mal. Hier wird der Gang viel breiter. Oh mein Gott, da müssen wir uns jetzt bücken, Freunde. Hier kommen wir nicht mehr im Stehen durch. Oh mein Gott, Freunde. Und hier ist die Abzweigung auf unserer Karte. Da geht es nur noch nach da drüben. Hier sind so rote Leitern. Oh mein Gott. Es geht ins Endlose. Schauen wir mal auf unserer Karte. Okay, das ist die Abzweigung. Aber wir müssen noch einen ganz weiten Weg darüber. Oh mein Gott, Freunde. So gruselig hier. Weit könnte es aber nicht mehr sein. Schaut mal auf der Karte. Wir sind jetzt ungefähr hier. Weil da vorne gibt es ja schon wieder so eine Abzweigung. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Okay. Okay. Dann müssen wir jetzt ja gleich da sein. Oh mein Gott, Freunde. Sieht ihr, dass da vorne ist irgendwas mit Klazen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, oder? Vielen Dank.